So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Age of Mythology. Wir sind hier gerade dabei, eine Schlacht zu verkacken, aber es macht gar nichts, weil wir gleich hier alles freigekämpft haben, um das Haupttour der Trojana anzugreifen. Die Schlacht haben wir verloren. So viel ist sicher. Oh ey, wie lang sind wir hier ausbilden? Da hilft nur noch eins. Noch eine Kaserne bauen. Hier ist noch genug Gold, also so erstmal. Jetzt gleich mal fertig. Yay. Yay, 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 yay. Und drin. Das war hier. So, und hier auch noch mal gleich mal eine Kaserne hinsetzen, damit das jetzt mal deutlich schneller geht. Zu wenig Holz, ey. Fick dich. Also, das heißt für euch hier, schnell Holz sammeln. Damit ich beschmarschbauen kann. Ach, die Lese sitzen hier wieder, so alle hier die Helden, also beziehungsweise stehen. Und dann sitzen. Hä, 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 hä. Und dann sitzen. Also. noch mal eine Militär-Academie bauen und ihr könnt mal wieder weitermachen mit dem Gold. Das kippt aber schon wieder deutlich schneller, finde ich ganz gut. Yay, super, heftig. Und falls ihr euch fragt, warum ich nur Hobliten ausbilde, ich finde, das wirkt einfach am griechischen, am coolsten einfach, wenn da ein solcher Typen mit Schilden kommen und Sperren und so. Ja. Diese Truppen hier sollten auch schon fast wieder genügen, wir warten noch, bis es 30 sind. Und hier ist ein Pegasus, der jetzt gestorben ist, grandios gemacht, hat's gebracht, Trojana, Respekt. Aber natürlich sagen, fickt euch, 27 Stück, das hat's ich gleich. Du hier, helf mal noch mal mit einem Goldhacken. Obwohl, nee, leg du noch mal ein Feld an, denn langsam benutzt das Dings. Das haben wir zu wenig, zu wenig Essen, Nahrung, wie auch immer. So, 30 Stück. Angriff. Rassos. Bani, Rassos. Also mal hier hinsetzen und mal gucken, was die daraus machen. Oh, ein Angriff. Ah, sie haben sich auch diesen gültigen Zauberbronze gemacht. Ist leider raffinierten Schweine. Boah, wie wenig die verlieren. Ach, egal. 28 Stück, die haben zwei Stück getötet. Gute Leistung. So, es sind alle Truppen so mit Eisendingern. Das nichts riskieren. Da warten wir erstmal lieber und stehen hier so ganz gechillt rum. Jawohl. Hier sind wieder 15 Stück. Das finde ich eigentlich gut. So, hier nochmal einen Druck zum Nachröcken. So, noch ein paar Sekunden, dann ist der Zauber von denen weg. Hier fällt es bei der Armee bereit. Die Helden können hier warten, falls ich einen Angriff kriege, also falls sie angegriffen werden sollten. Und jetzt rein da. Attacke. Oh mein Gott. Trojaner. Ich meine, Kriechen. Äh, doch. Ne, Trojaner. Ich bin echt dumm. Kommt eins und zwei hier drauf. Oh. Oh, oh, oh. Nicht auf dem Zett. Nicht hier drauf kloppen. Hallo. Hier drauf. Flaschen. Und aufs Tor. Ah, ne. Das hat die hier. Der Atlanta und das soll ich. Der Atlanta hat auch einen Namen. Akantos. Und Attacke. Das sollte sogar genügen, habe ich so das Gefühl. Jawohl. Ich muss mal sagen, der Sieg ist unser. Jawohl, ich würde sagen, damit werden wir auf diesem Part schon wieder von Let's Play Age of Mythology. Ist auch, was hat euch gefallen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Age of Mythology. Tschüss.